Stony TV, hallo und die letzten Ballwechsel bei den Viertel-Tisch-Temmes-Meisterschaften 2015. Der Sieger steht hiermit fest. Jens Dölling, TSV Stein, gewinnt mit 3 zu 1 Sätzen gegen Markus Bauer. Und Josef Adler vom Veranstalter, TSV Rittelsondag, hat die ehrenvolle Aufgabe, den Tisch abzubauen. Das Doppelging an Markus Bauer. Und seinen Partner aus Altenberg. Der heißt auch Markus und sonst wie noch Pavelkovic. Im Doppel, soweit ich gesehen habe, 2. oder 3. geworden im Einzel, auch unter den ersten vielen Schwammveranstalter. Das ist der 2. Markus, die beiden haben also das Doppelgewonnen für den Kreismeister 2015.